Ja, hallo willkommen, mein Name ist Danilo L.P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die erste griechische Mission abgeschlossen und wir machen jetzt uns auf in die zweite und zwar Heißt Verfolgung, hisst das Segel in den Riemen Männer, Männer? Was meinen sie damit, wir haben keine Männer? Das könnte problematisch werden, ohne Mannschaft keine Flotte und ohne Flotte kein Krieg. Das würde bedeuten, dass dieser Gemeindeprinz Paris mit Königin Helena entkommen kann. Bauen sie einen Krankenhaus, stellen sie eine Mannschaft zusammen und bemannen sie dieses Schiff. Verstanden? Verstanden. Ja. Prinzessin Helena wurde ja von Prinz Paris in der letzten Folge entführt, obwohl wir ja eindeutig gewonnen haben in der Schlacht. Und ja, das bedeutet natürlich jetzt Krieg. Wer kann besser einem Krieg verfechten sein als die Olympiens? Und ich. Schiff Ahoi, Kumpel! Das ist der Schiff. Geil. Da sind wir bei Mieten. Ist das nicht hübsch? Ja. Meine Güte, es sind da viele Türme. Oh Gott, Prinz Paris ist bereits auf und davon. Und sie müssen hinter ihm her. Okay, ich laufe kurz über das Wasser und nehme jetzt mir direkt eine Mine gespornet. Was zum... Oh Mann, er hat sogar eine Nacht zurückgelassen. Um sie aufzuhalten. Na ja, wenigstens haben wir noch dieses Schiff. Äh, äh, ja. Wenn wir doch nur auf eine Mannschaft hätten. Eins nach dem anderen. Vernechten sie, die Trojana. Ja, oh, oh, okay. Ich hole noch kurz meine Bazooka aus meiner linken Hosentasche. Bauen sie ein Krankenhaus und stellen sie eine Mannschaft zusammen. Sie brauchen mindestens zwei weitere Würmer. Habe ich ein Krankenhaus? Bald, lasst uns diesen Kampf gewinnen. Bauen sie ein Krankenhaus und stellen sie eine Mannschaft für die bevorstehende Reise zusammen. Okay, habe ich ein Krankenhaus. Ich muss natürlich erst mal. Elf! Ich kann kein Ding bauen, warum nicht? Ich muss erst dann... äh, Sternen da sammeln, oder was? Sieht jetzt irgendwie genauso da nach außen. So, ich gehe mal auf Nummer sicher. So, mein, alles hier. Wir haben wieder das hier. Ich würde mich gerne am liebsten benutzen. Aber ich kann auch einfach irgendwo da reinballern, ne? Wenn ich das hier kaputt mache, dann geht der halt andere auch kaputt, ne? Ich hoffe, da ist keine Mine irgendwo. So, von hier aus könnt ihr mich nicht treffen. Ich bin hinter einem verdammten Ding. Ja, okay, das ist von der Mine. Hier kommt Troy and Aston. Hat für ein cooler Name. So, ich könnte theoretisch hier die Türme kaputt bauen, machen. Oder ich könnte nur... Ich mache jetzt das hier erstmal kaputt, dann kann ich hier ein Ding ins Bauen. Ich muss ja nur die Kollegen da erledigen, ne? Okay, wenn einer direkt näher kommt, dann ist das natürlich auch gut. Und er tut es natürlich direkt da rein. Ja, verdammt. Oh mein Gott. Hilfe, lass mir doch meine Chance. Verwalt mir jetzt mein Turm da weg. Hilfe. Du Pisser. Ey, den habe ich gerade gebaut. Okay. Ah. Ah. Nein. Nicht da rein. Nicht da rein. Nein, nein. Oh Gott. Ich sehe aber gerade, da sind ganz viele Heildinger. Ich baue mal was. Komm mal einfach mal da rein. So, ich verziehe mich jetzt erstmal ein bisschen. Und treibe mich wieder hoch. Da komme ich nicht hoch, Mann. Ist ich da überhaupt hoch? Nö. Oh, ihr könnt mich mal. Ich gehe jetzt hier erstmal hin. Ich habe einen Jitpack. Sagt mir, hat doch einer. Ich baue mal meinetwegen. Irgendwann die Türme wieder weg. Ich kann eigentlich hier die Türme kaputt hauen. Dann. Ja, ich muss aber zwei kaputt hauen. Das ist ein Problem. Also die beiden. Oder die beiden. Von da aus treffe ich ihn nicht. Spitterwerfer. Mein Ding hält noch ein bisschen aus. Kannst ruhig doch ballern, wenn du willst. Schießt die Minen kaputt los. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Mission unmöglich ist. Auch wenn das jetzt, keine Ahnung, demnächst ein Voraussetzungen sind, die ich je hatte. Oh, schön, ein Picnic. Oh, geil. Jetzt würde ich gerne haben, dass nicht wieder in den gesamten Lebenspunkten dezimiert werden. Wir können jetzt ruhig ein paar Türme jetzt zerballern. Aber ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen hier vorgesorgt. Ich will mal versuchen, ob ich die Türmeleiten kaputt kriege. So kann ich auch nicht von den Dingern. Oh, ich sehe die gar nicht von mir. Wax zum. Hat getroffen. Ja, das macht schon Schaden. Ich glaube, die sollte ich doch lieber abballern. Ja, der besteht nur noch aus einer Platte. Sehr gut. Hä, das gibt es doch nicht, ey. Ja, Spitterwerfer. Nein. Nein. Der trifft damit garantiert. Ich weiß es. Nein, obwohl das kann ruhig auch kaputt gehen, sehe ich gerade. Ich wollte mich echt so aufbauen, dass hier nicht alles kaputt geht, wenn irgendwie ein Turm weg ist. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Vorsichtig. Vorsichtig, hab ich gesagt. Ja, jetzt noch mal mein Glück versucht mit dem Ding. Ich sehe halt von mir aus, noch nicht mal. Versuch mal lieber das Ding, der Kapuze hauen. Bin ich mir sicher? Wahrscheinlich nicht. Egal. Ja, nochmal zwei direkte Treffer und das Ding ist, glaube ich, futsch. Von da aus treffe ich die Dinger nie im Leben. Fällt gerade ein, kann ich überhaupt einen Berg fliegen? Nee, einen Krankenhaus, einen Krankenhaus brauche ich doch. Wahnsinn, er guckt, ey. Tja, viel Glück, das bringt nichts. Zum Glück habe ich mich so gebaut, ey. So, als möchte ich mich aber auch noch mal. Also nicht. Äh, ich muss mich mal lieber da bauen. Da schwebt eine Miene in der Luft. Habt ihr das gesehen? Ja. Ich muss mich ja versichern, nee. Die Uni ist ja alles kurz und klein, das ist das Problem. Hat gereicht? Nee, ne. Nein, was ist denn da noch am rumfliegen? Ja, da kann ich mich da aber gleich hinbauen. Warte ich nur ruhig mal Krankenhaus im Bau. Deshalb deppern die wahrscheinlich auch mit innerhalb von einer Runde oder so. Geht mal weit weg von mir, bitte. Ihr seht schon die kommende Gefahr. Deswegen müsste es lieber sein. Ich sehe, da ist noch irgendwo Leben. Da. Ja, super. Das ist so weit weg. Guckst du dich da mal einer an? Das ist doch nicht normal. Oh nein, das ist nur der eine Turm da. Ähm. Supi. Jetzt beiert er gleich den einen Turm weg und wir sind weg. Obwohl ich jetzt vielleicht da hinten... Egal. So. Ich komme immer näher. Hä? Hä? Ich komme immer näher und ihr könnt nichts dagegen machen, außer mich töten. Zumindest sind die jetzt hier mehr so scharf da auch meine Dingens kaputt zu machen. So. Das hier? Ich muss das hier abschießen. Ich hab schon. Ich hab schon. Also ich versuche den Turm beim Kaputzaun. Ne. Verdammt. Ja, das ist ein bisschen offen. Egal. Wer tritt rum? Boah. 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 Walter? Boah. Boah. ih. Oh. Boah. Ne. ja das soll also da immer nicht sagen was nun jetzt versuchen die ganzen dinge abzuknallen ja noch ein wo die anzahl der würmer ist ja nicht ein problem jetzt einer oder vier auf mich schießen über 34 ich krieg sowieso aufs maul ohne basura sehr gut und ein natürliches jetzt eine stückchen wegschießen damit aber gott so habe ich habe nur zwei kranken meister gar nicht was er mit den beiden da verbunden und er ist kacke sogar dann können die einfach nur der tor weg bauen weg eigentlich sehr nichts mehr darf da hinten ist was leck mich ich getroffen da ist noch was da war noch so viel über ich will es mich eigentlich fahrt kackei am so gut gleich im kranken aufbauen kann aber sobald dieser dinge bekommen ist auch sowieso weg wir machen die wahrscheinlich jetzt ne so verzweifelt und zielt er ich beobachte irgendwie lieber von so ganz ehrlich sagen ja tue mich doch noch tue mich doch noch mehr irgendwie ich weiß nicht hier produzieren jetzt habe ich einen turm auf dem ort des sieges gepackt jetzt mache ich den turmleiten kaputt und richtig mache ich kaputt ich mache dich immer kaputt dann was euch dahinten macht man das ding dabei gehabt hat man ein seelrad ja hey das ist doch nicht wahr äh was können die dann schon wieder wegbehalten damit hier alles kurz und klein ist darauf schießt er der schießt auf den einig fassert mich nein 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 gut kranken ausbauen sehr gut welche brauchen wo bin ich das war genau so oh man ort des sieges erforderlich hat zwei oder was erlückt mich ja ich muss mich die ganze zeit hier absichern das geht mir so ja wer tun wir jetzt als erstes hier drauf gehen da warum ist mir jetzt das ding immer so warum müssen die wind richtung so kack gerade nein man ja ich baue zwei orte des sieges wie solchen dat machen er ist am laufenden band irgendwie in turm am weg explodiert da ist jetzt die zweite kampagne wie viele gibt es vier ne das ist es gibt es doch nicht okay okay ein zug wo man nicht viel passiert ist sehr gut so ich komme ich jetzt da näher glaube ich ich komme jetzt immer näher wenn ich euch besser treffen kann vielleicht mache ich die beiden flitz piepen da die schon ein bisschen geschwächt habe kaputt wie gesagt wo ich versuche das hier immer noch kaputt zu hauen da müsst ihr ja wohl das treffen oder jawohl wenn jetzt du jawohl nein hilfe 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 versteckt mich jetzt in einem von euren dingern ha da ist nochmal der eine turm da naja der ist auch gestorben wenn ich jetzt dafür alles noch gold bekommene letzte mission auch gold bekommen ich habe keine ahnung wie wenn es schwer hat irgendwie anzunehmen wird so locker easy irgendwie sagt vielleicht habe ich da noch was bauen dann ist auch noch ein bisschen abgesichert ich habe den gehen die waffen aus oder weil mich muss alle türme da von denen abreißen weil sonst komme ich nicht an dem ort des sieges ran nochmal kurz zurück und ich bin da absichern hat er wieder irgendwas kaputt ja mich jetzt nicht jede sekunde irgendwie zurückgehen muss da noch so ein ding damit verbunden gut so kann man endlich türme macht schon irgendwie spaß aber irgendwie weil ich finde alles immer nur von einem turm abhängen wenn der weg ist dann ist ein bisschen blöd dem aufbauen ja ich bin ja mal auch mit dem ding ich sehe die türme ich erkenne gar nicht aus wieso bergfriede wir sehen irgendwie so komisch aus von weiten das ist dann auch verzweifelt die rennen schon die ganze zeit gegen die wand das machen wir er kommt immer näher immer näher und näher aber ich schieße ihn ab mit der bazooka also wir kannst du eigentlich nicht mehr machen ich habe mich ein bisschen abgesichert nur am anfang war hat eigentlich knapp weil ich da beinahe frakt bin wie weit ist es schon vorne ganz vorne was meinst du mit ganz vorne erst direkt vor unserer tür war es da habe ich den treffer dann kann ich den einen auch noch obwohl ich glaube ziemlich gut aus obwohl muss noch eine art nicht treffen kann ich treffe von haus ich stehe ab so jetzt möchte ich sehen wie alles hier nach einer nahe kaputt geht der gebaden ja wohl HAHAHA der hatte auch nur noch ein kp glaube ich der überlebt hat sowieso nicht HAHAHAHAHAHAHA totale zerstörung wie hat er jemand mit dem einen kaputt überlebte aber überall explosion und das gibt es doch einfach ha 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 er weiß nicht weiter er weiß nicht was er machen soll ich will die ganze zeit selektoren um die hp zu sehen kann ich aber nicht springen unter ich war noch wenn ich jetzt sagt er so zu seinen kollegen der bahn gegangen ist wie kannst du es warten ja ihr seid schon tot ihr seid jetzt schon richtig tot diese ganzen türme die waren alles nur verzierung und ich muss da jetzt verdammt noch mal ein turm bauen sonst springt hier gleich wieder alles weg hätte keine mine aktivieren so sehr gut doch wo sind sie jetzt kriege ich euch boah erstmal dich hier ha 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 und jetzt du komm her wohl er bin der spiel wahrscheinlich ist nicht damit gerade sehr schön nur noch einer von denen ist übrig und denke ich auch noch nach mann nein der ist nun exo wo ich gleich jetzt extra nur so züge abwarten bis meine würmer irgendwie sparen im krankenhaus oder was die treffen hat den nicht mehr also schwarz sie sehen hat nicht wo muss ich hin dahin ich komme immer mehr immer mehr warum sind bei euch eigentlich nicht so viel wie jemand oder ein so stirbt jetzt so in der luft das ist der weg und der ist weg jawohl ich bin eigentlich nur noch da hat kranken ausbohren habe ich so geführe eine katastrophe kumpel da ist einfach nur baul also da kommt da ich noch was das wäre doof ich bin schon wieder dran da muss man habe ich so zwei züge warten oder so ne ist irgendeiner spawnt das kann ich bin kranken ausbauen das war einfach hier aber zählen wenn dort einer kommt das ist jetzt extra abwarten ach so muss ich extra einsetzen ok in ordnung wo soll es denn hingehen wer hat die karte wir wollen in diese richtung sind sie sicher sie gerade auch richtig herum vertrauen sie mir alles wird gut werden ich glaube wir haben prometheus vergessen aber ich dachte ich nur drei ich will vieler extra jedes thema stellt hallo gibt mich doch mal ich will alle meine hörber dabei haben soll jetzt gold kommen selber ok da war ich doch gar nicht so schlecht erledigt sowie die letzte mission egal nach dem schiff helena und zeitungsleser okay ich sagen die nächste mission nach dem schiff machen wir in der nächsten folge von let's play warms forts unter belagerung ich bedanke mich alle zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge okay